Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem mein Vater Würstchen nach Hause brachte. Wir wohnten noch nicht lange in Paris, 1961, kurz vor Algeriens Unabhängigkeit. Stellen Sie sich vor, Würstchen, Igitt, Igitt, Igitt. Sofort riefen meine Schwester, mein Bruder und ich einstimmig, Das essen wir nicht, das ist Haluf, Schweinefleisch, das erlaubt der Koran nicht, Das ist Harem, Sünde für einen Moslem. In meiner Familie isst man nämlich keine Haluferie, also Schweinereien, wie wir Würste nennen. Kein Schinken, kein Würstchen, kein Schweinefleisch, denn wir sind praktizierende Moslems. Verschmitzt lächelnd sagte mein Vater, so als wolle er uns seinen Segen erteilen, Esst ruhig, Kinder, das sind Merges, die Merges von Amir Mar, dem Metzger unserer Straße. Knädig knabberten wir von der ersten Merges unseres Lebens ein Stück ab. Sie war sehr scharf, aber lecker. Mein Vater versicherte uns, die Würstchen bestehen aus Hackfleisch vom Rind und vom Schaf. Dazu kommt Kreuzkümmel, Raselhanut, Pfeffer, Olivenöl, Harissa-Paste, Salz, Wasser und Koriander für das Aroma. Man mischt alle Zutaten und lässt sie zwei Stunden lang am kühlen Fenster ruhen. Parallel dazu weicht man die Därme in warmem Wasser ein. Man stopft die Füllung in die Schafdärme, macht alle zwölf Zentimeter einen Knoten und lässt sie den ganzen Tag an der Luft trocknen. Dann muss man sie nur noch braten. Wer hat aber die Merges erfunden? Tja, das wollen viele gewesen sein. Die Tunesier tönen, die Merges sei tunesisch, nur weil sie die Harissa-Paste erfunden haben, die zum Rezept gehört. Die Algerier schwören, sie sei algerischer, besser gesagt kabylischer Herkunft und versuchen dies etymologisch zu beweisen. Das Wort Merges komme vom berberischen Amerges. Am heisst wie und Erges der Mann. Sie haben es verstanden. Bei ihnen symbolisiert eine Merges das Glied des Mannes. Die nach Europa emigrierten Marokkaner servieren sie fürstlich mit Couscous. Die anderen Maghribiner können nur den Kopf schütteln über diese unnatürliche Verbindung. Die Juden sagen, sie hätten die Merges aus ihren Metzgeraien in Oran nach Frankreich eingeführt, als sie Algerien nach dessen Unabhängigkeit verlassen mussten und damit basta. Und jetzt geben auch noch die Elsässer ihren Senf dazu. Die Merges ist durch und durch elsässisch. Sie wurde von den elsässischen Siedlern im Nordosten des algerischen Konstantin erfunden. Wir Elsässer lieben Würste, doch in Konstantin gab es kein Schweinefleisch, nur Rind und Lamm. Das haben wir dann mit Wein vermischt, damit die Merges schön rot werden. Kurz, eins ist sicher, die Merges kommt aus Nordafrika. Auch wenn ihr Geruch seit den 50er Jahren von Demonstrationen, Volksversammlungen und anderen Festen in Europa nicht mehr wegzudenken ist. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.